Komm an Abbe, Junge! Gefeiert! Du bist der Beste! Angebracht, dass die Jungs jetzt ins Stadion gehen. Die Bayern... Nur mal zusammen! Nur FCB! Nur FCB! Nur FCB! BVB! Nur FCB! Nur FCB! Uli! Deutscher Meister für nur FCB! Aber nicht heute! Ey, willst du auch mal die Schale anfassen? Fass sie mal! Ey, fass sie mal! Richtig geil, ey! Also der BVB, glaube ich, könnte endlich mal seine Negativ-Serie beenden, dass nach acht Jahren jemals wieder ein Sieg hier stattfindet. Aber, ihr habt schon gehört, das wird nicht geglaubt. Warum? Weil der BVB grundsätzlich...